Okay, einer wieder weg. Der wird da in der ersten Reihe sitzen gleich, die tippe ich mal. Okay, auch erledigt. 2-1-1, der ist der nächste. Kommst du? Dankeschön. Okay, haben wir auch. 1-2. 2-2. 2-2. 3-2. 3-2. 3-2. Nope. Nope. Beste Chance abzuhauen hier. So, um gar nicht hier lang zu fackeln, einfach rein. Der Finger, der juckt. Ach, guck mal, ich kann sogar mit innen drin einkaufen. Ich kann hier vorne einkaufen. Geil, geil, geil. Ausgegenstände. Ah, die können wir auf euch voll machen. Ah, ah. Die ziehen definitiv voll machen. Und, und, und. Kann wir auch voll machen. Wo klingeln wir noch? Ah, phantom klingeln. Ah, phantom klingeln. Oh, phantom klingeln. Beziehungsweise. Wir sind ecker klingeln. Ow! Ah. Da, 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 da. Da, da da, da. Heißt du nicht? Oh Gott, Koch, Koch! weg ich weiß ich soll aglaude nutzen aber maul mit gesessen la la lala 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 lale ich nicht so weiners tot 2 das tod Macht doch kein Unsinn dahinten. Ne, ich glaub mich nicht. Guck mal, die sind doch so lange da beschäftigt, ne? Was ist, wenn wir hier rumgehen? Oh. Hab in die Menschenmasse. Das war's für euch. Das haben wir schon mal. Die nächsten weniger. Ich weiß nicht, was los ist bei denen da. Das ist vielleicht ein bisschen crazy. Kommt vielleicht von der Sonne. Das ist doch schöner hellen Sonnenschein. Da ist bestimmt ein Sonnenstich. Ja, ja, ich weiß. Nein. Oh, nee. Kommt's runter? schön da bleiben und artig kommen die weg viele sind ja am leben wo ist der da ist nur noch einer sind so viele noch überraschung überraschung nicht die mühe aber wie soll ich denn da kommst du doch gar nicht ungeschoren rein und du verkaufst da noch genug definitiv heilung habe ich nur noch rauchpompen brauche ich wieder alles rein doch hier medizin ist wichtig beserker bedenken beserker feile sondern nicht so zwei mehr mit dem könnte nein ja wir kaufen von mehr so haben wir da zwei neue wir drunter job so die rübe kommt erst runter wenn ich das sage das habe ich gerade schon gefunden ich darf jetzt noch nicht sterben und sich alles alleine wieder machen es sind immer noch so viele die eigentlich hier leben lassen